So Leute, da sind wir auch schon wieder, wird schon wieder arschkalt hier drin, die Temperatur bleibt gleich, aber dann wird's kühler draußen, wenn es Abend wird. Die Gesundheit sinkt, ich hab keine Ahnung, Alter. Die Vereinschaft merk ich hier überhaupt nicht, auch vom Rollgeräusch her, Glätte, hartes Eis, Schnee. Man kann das sicherlich mal spielen, es wird interessant werden, wie viel Euro in der hier einsteigt. Ist das jetzt hier im Back, muss ich jetzt hier kurz raus, oder was? Jetzt wird sich, jetzt kriege ich die Energie wieder hoch. Oh, jetzt werden wir müde. Das heißt, wir müssen auch pennen, oder wie haben wir den Daycaptain? Oh ja. Haben wir eine Müdigkeitsanzeige da oben? Ach, das soll unsere Energie sein. Wie fit wir sind. 33% haben wir noch. Das sieht natürlich alles irgendwie... Die Lenkrad gar nicht aufbauen brauchen, aber das ist definitiv kein Lenkrad-Spiel, meiner Meinung nach. Das ist eher ein Snowrunner. Meiner Meinung nach besser mit Controller. Ballern hier übelst lang. Ja, optisch ist es nichts, ne? Ganz ehrlich, es ist nichts, was du 20 zu 21 bringen darfst. Aber mit dem freien Zugriff auf die Unreal Engine 4, sämtliche Editoren, freien Assets und so, kann jeder loslegen, ne? Die Idee finde ich ganz geil hinter dem Spiel. Wie so oft. Sprechen wir ja so oft drüber. Leider ist es dann immer nicht so schön umgesetzt. So, wir kommen bestimmt gleich ein. Wir haben noch 30% Energie. Aber wir fahren erstmal weiter, ja? Solange es irgendwas sagt hier. Rangeführt wirst du momentan in der Einführung, wenn wir es so wollen. Wirklich sehr gut. Das hat er gut gemacht. Oder haben die gut gemacht? Ich weiß nicht, wie im Moment stark das Team ist. Und ob das nur einer ist. Gab es bisher keine Fragezeichen? Bugs, ja. Bugs haben wir ein paar. Oh. Bugs haben wir ein paar. Anzeige Bugs. Zum Beispiel das mit der Temperatur, dass die da oben immer gleich bleibt. Oder... Ja, eben das mit dem Energieverlust. Schnell raus ins Kalte wieder rein. Geht's wieder hoch. Optisches Feedback für aktivierte Bremse oder Heizung fehlt. Na gut, Bremse hättest du unten die LED, aber Heizung und so wäre ganz wichtig. Jetzt sind wir da. Oh, die Augen fallen uns zu. Müssen wir bestimmt jetzt hier auf dem Grundstück pennen. Drive up to the logistic location door. Ja, also zum einen... Machen wir. Damit wir noch pennen sollen. Ich habe es jetzt mal bewusst nicht gemacht. Wir haben noch 24%. Go to the door and accept the new assignment. Ach, hier im Container ist unser Auftrag drinnen. Wir testen mal, ob wir jetzt schlafen sollen oder nicht. Wir machen das jetzt mal auch... Gucken, ob es safen geht. Not available in the Demo. Frage erübricht. Dann schlafen wir mal nicht vor der Annahme wegen der Zeit mal nicht. So, wir haben nur Sand. Das ist die einzige. In 18 Stunden 52 Minuten. Normaler Trailer. 145 Meilen Spieldistanz. Time to the completed task. 43 Stunden Zeit. Remaining task. Ach so, das ist so lange es ja noch verfügbar. Base Payout gibt drei Scheine dafür. License Required ist A. Difficult ist 1. Parking free back front. Das ist wahrscheinlich wie du abstillst. Mal auf, dann gehen wir jetzt nochmal pennen. Energie. Dash Light. So, dann haben wir hier. Enter. Jetzt sind wir in der Backkabine. Bed. Fridge. Decide how long you want to sleep. Disinfect your energy and hunger levels. Das ist, after sleeping sehen wir unseren Hunger und unseren 8 Stunden Schlafen. Da sind wir erst bei 74% sleep. Okay, wir haben es 5.52 Uhr am Morgen. Cabinet. Was ist das? Motor Öl Car Tools Air Filter. Bridge. Da ist unser Essen drinne. Immer noch drei, wir haben noch schon einige gegessen. Inventory. Ah ne, das ist nochmal eine andere hier. Die haben auch ein Abfalldatum. Werden wir jetzt mal frühstücken heute. Schokoladenriegel hinterher. 7%. Haben wir hier einen Verbrauch von den Dingen? Weil wir, das gibt uns ja mehr als wir brauchen. Ne, doch nicht. Gut. Nochmal eine. Sind wir bei 100. Alles klar. Dann mal raus. Hier nehmen wir den Vertrag nochmal ein. 5 Stunden verfügbar. Now go back to the truck and hook up the highlighted trailer. Haben wir angenommen. Der Schleid. Highlighted trailer. Sehen wir den jetzt schon? Ach da. Okay. Und auf der Minimap hätten wir den jetzt auch gesehen. Oder haben wir hier irgendwie so einen Hinweis? Welche Richtung? Ne. Wo sind unsere Mirrors? Was ich nicht so toll mache. Lol. Die Spiegel haben mir was anderes auf einmal gezeigt. Lass dich jetzt schwer abschätzen, ne? Das passt überhaupt nicht. So. Hinten. Oh nein. Hinten. 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 Tiefen. Hinten. 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 Lass dich hier nochmal raus. Hinten. Cannot lock when engine is running Sound is all, will nicht so viel meckern Cannot lock when engine is running or handbrake is not applied What, wir haben doch eben ausgemacht Drehzahl ist runter, ne Drehzahl läuft Seh ich nicht, gut Ding ist dran Secondary, connect the two cables from the truck to the matching sockets Das ist ganz cool gemacht, hat Interaktion, was viele immer gerne brauchen, wer bei SnowRun auch ganz geil Liebe SnowRun Entwickler, für den neuen Teil sollte es mal irgendwann gehen, bitte mit einbauen, Interaktion So, jetzt machen wir den Ständer hoch, kurbeln, ja, Stick Masker mit Controller After hooking up the trailer, your destination will reset automatically Okay, dann haben wir jetzt im Navi unsere, unsere Destination Wir müssen wohin? Ja, wie vermutet, nach Perxen wohl war Okay, machen wir das Engine start Brake ist gelöst Dann treten wir unsere Tour mein, jetzt sind schon jetzt 7 Minuten rum, Alter Schneiden wir nur total zusammen Mehr wie zwei Folgen wollte ich jetzt hier eigentlich nicht machen Das ist Background Music, das ist unser Radio Coole Aspekte für die Interaktion, finde ich gut Wie gesagt, es fehlt den meisten Spielern in solchen Spielen So, unsere Tankanzeige bewegt sich tatsächlich dennoch als Minus Obwohl wir vorhin nochmal 15 Galo draufgekippt haben Also sie bewegt sich, inwiefern die jetzt stimmt, wissen wir nicht Alles was er probelig hier, so SnowRunner Größe, ne? Und nicht ETS, ATS Größe Ja, wie gesagt, meine Hoffnung liegen bei Australian Truck World Ich glaube, ich müsste mir mal einen Kaffee holen heute Ich bin sofort wieder da Lassen wir mal ganz kurz so Ich möchte, bitte sind wir jetzt mal so frei ich hab das jetzt mal in der Aufnahme gelassen ich kann mich beim Schneiden dann eh nicht mehr dran erinnern weil ich hatte den schon fertig gemacht hatte nur vergessen hinterher zu nehmen so wir haben es 8.50 Uhr es wirkt immer noch sehr düster aber wir waren jetzt bei unserem Weg ja auch die Ladung also die Assets, die Texturen das ist nichts das ist nichts was du 2022 bringen kannst aber gut wir haben auch Leute mit älterer Hardware oder auch Leute die nicht zu sehr visuelle Ansprüche haben ich zieh mich nicht dazu ich mag gute Optik gerade in der heutigen Zeit oh grab some wooden planks from the nearly by und zum einen habe ich auch gute Standard Hardware möchte ich auch ein bisschen Optik haben und einfach zeitgemäß das ist eigentlich alles wooden planks now patch on the holds wohin denn ach du gut jetzt müssen wir hier noch wooden planks patchen komm wir machen das jetzt mal wieder hier mit ah ok sehr schön noch was fehlt noch was remove barricades ok ja entfernen der Barrikaden weiter geht's Tutorial passt sehr gut Kontinier zu Paxton jetzt oh jetzt ändert sich tatsächlich die Temperatur da oben es wird wärmer das Eis in der Optik schwindet Sun Visor cool 25 miles haben wir noch nicht laut Tabu jetzt kommen wir aus der Eisregion raus wie es aussieht können wir den Heater ausmachen wahrscheinlich ah die Lüftung das Rauschen der Lüftung soll uns signalisieren ob es an ist dennoch wäre optisch irgendwie noch eine Methode gut ich kann mich jetzt rücklegen ich sitze ein bisschen weit weg Leute wegen Lenkrad ich blende mich mal aus können wir hier Fullscreen genießen wir können auch unten die Minimap mal ausmachen wie waren das nochmal so nach unten Steuerkreuz fahren nach Navi Hupen haben wir leider gerade nicht auf dem Controller aber hier auf das Saktor ich denke mal so ganz chillige Spielspaßstunden kannst du hier auch haben aber für mich ist das definitiv keine Langzeit Motivation ich bin dann überlegen ob ich es mir dann wenn es dann mal rauskommt wahrscheinlich ja auch im Early Access denke ich keine Ahnung oder ob sie gleich oder ob er oder sie gleich 100 Meilen noch einsteigen wird sich zeigen wie wir es zu welchem Preis sie es anbieten 15 Euro mehr wäre mir das Spiel nicht mehr im aktuellen Zustand aber bei kleinen Teams viele schreiben mir immer in die Kommentare ja ist nur Early Access warte doch erstmal ab da kann doch da kann doch nein man bei den kleinen Teams passiert überhaupt nichts mehr und erst recht keine neue Grafikengine oder irgendwas denn das Fundament steht die haben weder Manpower noch Zeit dafür und das Geld um das nochmal vom Grund auf aufzuweisen also was du hier siehst hier wird sich visuell nichts mehr verändern das ist schon immer so gewesen das kann man einfach aus Erfahrung jetzt auch sagen aber wir kriegen ein Rufsystem wir haben dynamisches Wetter wie man sieht überhaupt plötzlich durch die Wand gefahren 24 Stunden Zyklus jetzt wird es wieder dunkel wir sind aber erst bei 11 Uhr mittags ein Skilltree das ist auch ganz cool jetzt sehen wir natürlich wie viel Licht ist voll oben mehr geht nicht Spiegel oh jetzt muss man die Heater wieder entscheiden oh Gott schaffen wir das in 10 Minuten für die Folge noch wenn nicht muss die Fahrt ein bisschen schneiden was soll dann jetzt stop the truck and get out make sure you have ach jetzt müssen wir die Ketten anlegen oh Gott warum denn die Straße ist doch frei so na gut er zeigt uns das you must use one chance to use this mechanic get ready press the buttons in the order now you won't be slipping deliver cargo to ok jetzt nochmal Ketten werden wir sehen es gerade nicht es ist wieder so dunkel es soll doch schon wieder nacht sein wahrscheinlich ich habe keine Ahnung bauen wir ein bisschen Innenansicht lassen wir es mal ein bisschen wirken hier mit der schlechten Sicht und so bei dem Wetter das ist schon ganz cool finde ich müssen wir bestimmt gleich nochmal schlafen irgendwo schlechte Sicht ist gut gemacht die Nacht finde ich auch gut dunkel ich mag keine Spiele wo die Nacht eigentlich wegzleimen könnte weil du eh noch alles siehst gerade so Shooter und sowas wenn du dann Fackeln und Taschenlampen hast die müssen dann zum Einsatz kommen oh Nabi auch wenn sie und dann verraten sie sich halt im Dunkeln natürlich auch aber so soll es ja auch sein so wäre es ja auch so jetzt sind wir wieder abgeschweift ja aktuell fahren wir Freitags im Stream immer auf Twitch 16 Uhr wenn man müde zum American Trapped Sim weiter mal reinschauen wo er will gerne willkommen sogar noch 33% Energie sie war noch fit wir fahren noch ein paar Meter bevor wir bevor wir bevor wir bevor wir bevor wir richtig The Brits currently closed for trucks park on the marker and go to sleep ah ja ok aktuell wo ist der marker wo ist der marker muss ich mir hier drauf fahren nee der meint bestimmt den Platz hier der Hunger so die Geräusche sind natürlich sehr geil pinnen wir hier jetzt einfach ich sehe hier keinen Marker ja was ist das mit der Heizung wir lassen mal die Dish-Dings ein sleepen wir mal ne Runde es ist 21 Uhr es ist immer noch geschlossen oder was weil wir nicht auf irgendeinem Marker stehen tja Leute ich glaube wir müssen doch eine Folge machen hier alter jetzt ist es 21 Uhr aber es wird wieder hell was für Marker meint ihr wir fahren einfach mal gucken was passiert das ist die unsichtbare Wand hier ist kein Marker macht ihr das Taste über auf oder was ich habe keine Ahnung wo ist hier ein Marker f1 f1 ich weiß nicht was für einen Marker meint Schlafen wir halt nochmal, oh egal, ein bisschen die frühe rein, wenn das geht, testen, jetzt haben wir es 5.40 Uhr in der Früh, Auto steht immer da, weil wir nicht auf irgendeinem Marker stehen, ja super, nichts mehr zu futtern, was für ein Marker, Passless Care, ja, aber wann, can't dwell, da kommen wir her, wo soll hier denn so ein verfluchter Marker sein, so, kommen wir jetzt ans Ende der Demo oder was, bis hierher gut geklappt, immer noch die Wand da, ja, ja, hat sich's erledigt, Leute, go to the Marker in sleep, ja, hier ist kein Marker, da hinten irgendwo, sind wir vorbeigefahren, nee, muss ja hier auf dem freien Platz sein, extra für LKWs, dass die hier stehen können, wahrscheinlich, die Steuerung ist ein bisschen strange, nee, Leute, ich glaube, es bleibt bei der zweiten Folge, wir haben einen großen Eindruck gekriegt, um was es hier geht, go to the Marker, was denn für ein Marker, man, kann man das nochmal sehen, Map, Jobs, dann sehen wir, wie viele Stunden wir noch haben, vor allem jetzt haben wir schon so viel Zeit mit Schlafen verbracht, jetzt schaffen wir den Auftrag gar nicht mehr, also hier geht's irgendwie nicht weiter, liebe Entwickler, gucken wir mal ein paar Meter weiter hinten, ob es hier einen Marker gibt, the bridge is currently closed for trucks, park on the Marker, den haben wir nicht, ein go to sleep, wo ist der Marker, haben wir jetzt einen bekommen, nein, so, zeig mal her, wenn wir hier durch Pampa fahren, wie sich das hier auswirkt, machen jetzt hier die zwei, drei Minuten noch voll, Leute, und dann soll's das gewesen sein, wo sind wir eigentlich auf der Map, ja, wir sind ja eh fast da, go to the Marker, hier ist kein Marker, park on the Marker and go to sleep, hat er vergessen einzubauen, hier ist Ende der Demo, Leute, bei mir jedenfalls, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer das auch testet, ob wie das bei euch war, bewegt sich auch nicht das Ding, vorne ist das mir alles ein bisschen zu creamy, ey, naja, gut, hier ist kein Marker, stellen die Bude mal komplett ab nochmal, wo dann irgendwie auftaucht, Dash Light raus hier, mal aussteigen, wieder einsteigen, kommt dann vielleicht irgendwas, keine Ahnung, was hier vielleicht für ein Bug gerade ist, Licht auch nochmal aus, ist kein Marker da, park on the Marker, sollte hier irgendwo ein Bug jetzt natürlich sein, denke ich, ne, naja, lange Rede kurzer Sinn, Leute, wir haben einen Eindruck von der Demo bekommen, und hätten jetzt noch zustellen müssen, hier das Stück über die Brücke halt drüber, oh, ihr könnt den Waymarker setzen, weg damit, ne, wäre jetzt hier noch lang gefahren, hätten hier abgeliefert, das wäre dann der Auftrag gewesen, eine Tour ist jetzt in der Demo sozusagen drin, schreibt es mal in die Kommentare, was haltet ihr von der ganzen Geschichte, würdet ihr es kaufen, würdet ihr es ausprobieren, spielt jemand die Demo, ging das bei euch, falls ihr es ausprobiert habt hier, ähm, was ist das für ein Point of Interest wird das sein hier, das ist hier eine River Bridge, genau, und ich hoffe, es hat euch einen kleinen Eindruck verschafft, hat Spaß gemacht, und danke fürs Zuschauen, euer Master.